So, herzlich willkommen zur nächsten Runde. Hier haben wir eine Hand, die nicht super ist, die wir aber behalten können. Skeleton Blade Brand, gute Kombo, ein Murder, sobald wir ein zweites Schwarz haben, mit dem wir aber vorsichtig umgehen sollten, denn es ist das einzige Murder, was wir haben. Hier noch ein Two-Drop zu ziehen, sehr schön. Haben wir schon mal ein schönes Setup, in dem Sinn, dass wir den Boden schon mal ein bisschen zu machen, dass der Gegner nicht so einfach durchkommt. Und Blade Brand, was ja eine Karte zieht, um ein bisschen weiter ins Deck reinzukommen. Hier exilen wir natürlich ein Land, denn das gibt uns langfristig am wenigsten Value. Nun hätte ich gewusst, dass als nächstes Chandra kommt, hätte ich vielleicht behalten, aber gut möglich auch, dass ich das nicht getan hätte. Ich sehe hier keinen Grund, was zu tun. Wir warten auf bessere Kreaturen, um unseren Removal einzusetzen. Und eventuell schicken wir dem Fanlurker mal einen Schock rein, wenn der Gegner Mana rein gepumpt hat, um es größer zu machen. Hier der Octoprofit ist auch okay. Der kann angreifen in unser Board und wir können dann Blade Branden, verlieren dabei unser Sanitarium Skeleton und alles ist in Ordnung. Ich werde jetzt auch hier nicht angreifen, obwohl ich das ja könnte, da ja schon, da ein Blade Brand kann ich ja natürlich auch im Angriff benutzen, aber ich möchte den Gegner ja gerne dazu anregen, in mein Blade Brand rein anzugreifen. Wow! Ja, das nenne ich mal Value. Also ich bin jetzt überhaupt nicht unglücklich, dass der Gegner das gemacht hat, denn was haben wir dadurch für ein Value bekommen? Unser Sanitarium Skeleton hat einfach mit einem Mörder getradet. Also, dass der Gegner seinen Premium Removal auf einen 1-2er, den wir aus unserem Friedhof wiederholen können, anwendet, das ist so das Beste, was uns passieren kann. Er hat wahrscheinlich noch eine ganze Handvoll Removal, wenn er dazu bereit ist. Wow. Ich meine, er hat uns davon abgehalten, eine Karte zu ziehen mit Blade Brand. Aber hey, das, wie gesagt, das nenne ich mal Value. Also wir haben effektiv unser Blade Brand gegen einen, ähm, unser Blade Brand getradet gegen einen, äh, Mörder. So ist es nicht, das Skeleton. Äh, puh, was soll ich exilen? Shantra auf keinen Fall, die ist viel zu stark. Ähm, Barony Vampire ist halt eigentlich dafür da, um mit dem Octoprofit zu traden. Ähm, Schock, um Fanlurker zu töten. Ist wirklich schwierig. Vampire oder Schock? Wir können halt on board nicht mit dem Octoprofit fertig werden, anderweitig. Ähm, ich denke mal, es ist richtig, den Barony Vampire hier loszuwerden. Wir können auch immer noch ein bisschen Schaden nehmen. Wir haben andere Spells, die hier effektiv sind. Ähm, jetzt könnten wir zum Beispiel Flame Sweep und Schock einsetzen, um das ganze Board vom Gegner loszuwerden. Wir verlieren nur ein Sanitarium Skeleton, was uns ziemlich egal ist. Joa, da würde ich doch mal sagen, geben wir dem Gegner noch ein wenig Gelegenheit, ähm, noch mehr Kreaturen auszuspielen und ansonsten halte ich das ja für eine gute Option hier. Bis dahin können wir auch weiter mit dem Sanitarium Skeleton blocken. Passiert nicht viel. Und das ist ja so ziemlich das Beste, was hier hätte passieren können. Der Gegner spielt einen Warden of Evis Isle aus, kann seine Fanlurker nicht pumpen, Flame Sweep, rasiert das Board vom Gegner weg. Famos. Ähm, ja, ich könnte das Skeleton wieder zurückkaufen und ausspielen, aber ich denke mal, jetzt hier das Board zu bedienen, während das leer ist, ist doch vermutlich etwas profitabler für mich. Wunderbar. Hier nochmal eine gute, eine gute, ähm, ja, Schulstunde in, sozusagen, äh, Removal zurückhalten, nicht sozusagen bei der ersten Gelegenheit nutzen. Äh, ich hätte ja schon viel früher irgendwas schocken können oder so, aber es schien mir halt einfach viel profitabler, den so einzusetzen. Hier könnte ich jetzt mit Fathomfleet Cutthroat theoretisch, äh, mein Schock gegen den Octoprofit traden, aber brauche dafür noch ein zusätzliches Mana. Ansonsten könnte der Fathomfleet Cutthroat einfach nur für den Octoprofit traden. Ich kann meinen Bloodburglar oder meinen Sorcerer of the Fang traden gegen den Octoprofit. Der wird es wahrscheinlich nehmen, schätze ich mal. Obwohl Bloodburglar hat das Live Link nicht unbedingt, ähm, aber hier werde ich auch mal wieder, ähm, ich will nicht sagen vernünftig bleiben, sondern so sparsam wie möglich mit meinen Ressourcen umgehen und einfach das Sanitarium Skeleton wieder ausspielen. Bis jetzt hat sich das immer gelohnt, wenn wir unsere Spells für die bestmöglichen, ähm, Gelegenheiten zurückgehalten haben. Wir stehen hier auch nicht unter Druck, geben wir dem Gegner weitere Gelegenheiten, seinen Premium Removal, äh, einzusetzen, gegen unsere kleinen Kreaturen. Ähm, hier werde ich jetzt mit Sanitarium Skeleton angreifen. Wenn der Gegner mit Frostlings blockt, kann ich Fathomfleet Cutthroat einsetzen, um Frostlings loszuwerden und dann damit den Octoprofit blocken. Ich sehe gerade keine Notwendigkeit, das noch länger vorzubereiten mit Scampering Scorcher. Obwohl es mir halt echt gefällt, die Idee der Gegner ist jetzt erst auf 5 Mana gekommen, hat vielleicht noch starke Kreaturen auf der Hand, ähm, neben Murder halt noch die Schock-Cutthroat-Möglichkeit offen zu haben. Und da es auch eine sehr produktive Runde ist, jetzt einfach, ähm, die kleineren Kreaturen hier rauszubringen. Würde ich mal sagen, ist das auch, kommt mir das auch wie eine sehr sinnvolle Möglichkeit vor. Schön weiter den Boden zu machen, Gegner dazu bringen, dass er irgendwie Removal spielt auf unsere kleinen Kreaturen oder eben eine sehr große, seine, seine Bombe irgendwie rausbringt, seine beste Karte. Wir haben dann Murder oder Fathomfleet Cutthroat Schock-Kombo. Wunderbar, wunderbar. Ja, hier keine Notwendigkeit, irgendwas Besonderes zu tun. Gegner könnte einen Counter auf der Hand haben, ähm, aber wir gewinnen im Moment auf dem Board noch nicht. Der Dagger-Sail-Aeronaut ist nicht furchtbar wichtig für uns, um dieses Spiel zu gewinnen, aber der bringt uns jetzt auf dem Board so weit nach vorne, dass wir den Gegner dazu zwingen, was zu tun. Real Elemental habe ich kein Problem mit. Der ist etwas teurer zu töten, aber, ähm, aber das ist nicht so problematisch. Früher oder später bekommen wir unser Mana. Ähm, hier könnten wir jetzt Siphon anwenden auf den, äh, Profit, um den loszuwerden, aber auch Siphon können wir vermutlich noch effektiver einsetzen. Ähm, Agonizing Siphon auf den Octoprofit ermöglicht uns auch noch keinen vernünftigen Angriff. Das Einzige, was wir tun könnten, wäre mit dem Aeronaut in den Burial anzugreifen und, äh, dann einfach Cutthroat auszuspielen, wenn der Burial blockt, denn, ähm, dass, äh, die zwei Mana extra, die man bezahlen muss, bezieht sich nur auf Spells und nicht auf Abilities, weil Fathomfleet Cutthroat, was er macht, ist eine Triggered Ability, nennt man das. Ja, von daher würde ich sagen, machen wir das. Der Gegner weiß jetzt, dass ich irgendwas hab, aber kann sich halt auch denken, na, vielleicht ist es eben einfach nur Schock und der Gegner möchte sich gerne 2-4-1'en. Ja, aber ich denke, wie gesagt, das ist ausgeglichen genug, im Moment traden wir 3 Schaden gegen 3 Schaden in der Luft. Kein Grund hier, voreilig, seine Spells zu verballern. Da können wir alles noch viel mehr Value rausbekommen. Jo, kein Problem. Ähm, hier könnten wir jetzt Frostlings schocken und einen guten Angriff starten. In den Octoprofit rein, eine Fathomfleet Cutthroat. Im Anschluss haben immer noch Murder for Burial Elemental, äh, bekommen ein bisschen Leben dazu. Das scheint mir auch hier vernünftig zu sein. Der Gegner denkt jetzt auch, aha, der Gegner hatte eben Schock, als er angegriffen hat, und sieht das jetzt vielleicht gar nicht kommen. Ähm, also Siphon auf den Profit oder lieber Cutthroat und dann, ähm, Cutthroat und dann, äh, wie heißt das? Angriff und dann Cutthroat. Ich denke mal, hier ist es eine schöne Gelegenheit, um den Medium Removal loszuwerden und einfach mal mit allen Kreaturen ordentlich reinzukommen, den Gegner in eine Position zu bringen, wo er schon nicht mehr so bequem angreifen kann. Wir sind auf sehr bequemen 16 Leben. Hier traden wir jede Kreatur gegen Burial Elemental. Kommen hier sogar nochmal zwei Leben dazu. Wir hätten auch Murder einsetzen können, um direkt den Gegner zu töten hier an der Stelle. Das ist mir erstens erst, ähm, im Nachhinein aufgefallen, weil ich vorher nicht nachgezählt habe. Aber auf der anderen Seite, wenn der Gegner irgendeinen Counter hat oder sowas, ähm, zwar, ich glaube, es ist eher die bessere Option zu versuchen, noch eine Kreatur aufs Board zu bekommen, falls der Gegner halt noch irgendwas hat. Murder, was weiß ich was. Gut. Ähm, Mindrot könnte produktiv sein gegen den Gegner. Wie viel der Wand uns hier bringt, bin ich mir nicht so ganz sicher. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir Prismite hier nicht haben wollen. Der tut nicht viel, ähm, gegen die ganzen drei Dreier von ihm. Da wollen wir, glaube ich, lieber noch was anderes haben. Anvilrod Raptor ist schlecht gegen den Burial Elemental. Ähm, hier wollen wir lieber Mindrot oder noch einen Vampire. Und ich denke mal, damit wir nicht zu wenige Kreaturen haben, hole ich hier den Barony Vampire raus. Der sah solide aus, nicht super. Ähm, man ist immer ein bisschen unglücklich, wenn man, ähm, seinen 3-2 gegen den 3-3er vom Gegner tradet, der schon eine, eine Enter-the-Battlefield-Fähigkeit hatte, ne, wie dieser Octoprofit, von dem wir ja zwei Stück gesehen haben. Ähm, aber es ist okay. Letztlich wollen wir ja wirklich einfach nur am Boden alles dicht machen, die, äh, diese Burial Elementals vom Gegner töten. Und irgendwann mit Chandra gewinnen. Oder durch Card Advantage und besonnenen Einsatz unserer Ressourcen. Ähm, okay, die Karte hier lächzt nach weiterem Rot. Warum habe ich den Dragon Mage eigentlich immer noch im Deck? Ähm, die Karte lächzt nach weiterem Rot und, äh, sie ist trotzdem haltbar, da wir eben schon zwei Kreaturen ausspielen können. In Runde 2 und 3 ist das doch produktiv. Okay, der Gegner hat, äh, klugerweise Cerulean Drake reingebracht gegen uns. Also ich hoffe, dass er ihn reingebracht hat gegen uns und nicht schon den Main-Deck hatte, denn ich habe ja schon erklärt, warum ich das für keine wirklich spielbare Main-Deck-Karte halte. Boah. Easy Game für uns. Angriff mit Blood-Burgler. Der Gegner kann blocken, aber wir kriegen trotzdem Leben dazu. Ein weiterer Swamp und ein Vampire, der dann schon effektiv in den Sorcerer angreifen kann und erst recht, wenn er nächste Runde eventuell eine Axt in die Hand bekommt. Also hier muss der Gegner jetzt eigentlich seinen Cerulean Drake schon zurückhalten, ähm, weil das auch nach einem profitablen Block für ihn aussieht. Na, das sieht der Gegner anscheinend nicht so. Nun gut. Ähm, Retromotive Wand gefällt mir super gegen den Cerulean Drake. Ähm, aber ist hier gar nicht notwendig auszuspielen, weil wir hier so schön Marauders-Ex ausspielen, an den Blood-Burgler anlegen können und dann mit diesen beiden Kreaturen angreifen. Der Gegner hat keinen profitablen Block, bekommt eine Menge Schaden, wir bekommen eine Menge Leben dazu. Und ja, es geht vorwärts. So langsam würde ich dann aber doch mal sehr gerne meinen Mountain ziehen. Wir brauchen schließlich noch zwei, bevor wir Fire Elemental oder Dragon Mage ausspielen können. Dread Presence ist sehr stark. Die sollten wir auf jeden Fall sofort töten mit Agonizing Siphon. Ähm, aber natürlich geben wir dem Gegner noch die Gelegenheit, seine Dread Presence zu traden gegen unsere Kreaturen. Wunderbärchen. Zuerst Cryptic Caves raus. Ähm, da der Gegner, äh, Leben zurück bekommt durch Dread Presence. Dieser Dragon Mage wird niemals gespielt. Äh, Gegner noch, äh, Leben zurück bekommt durch Dread Presence, war es keine Alternative, dem Gegner drei Schaden ins Gesicht zu schießen. Der sollte nicht angreifen mit diesem Drake. Ja, genau. Danke. Das ist unser sechstes Land. Ähm, wir können jetzt Wand ausspielen und pingen, aber so viel bringt uns das gerade nicht. Der Gegner hat einen Pump offen, kann also Blood Burglar gegen Fanlurker traden, wenn er möchte, oder gegen Barony Vampire. Aber wir haben jetzt Reached durch unseren Retributive Wand. Äh, das heißt, solange der Gegner kein weiteres Life Gain hat, sollten wir den auch so schlagen können. Ähm, wir können aber jetzt natürlich auch erstmal den Wand ausspielen und den Ping offen lassen für die Situation, sobald der Gegner blockt. Das ist natürlich viel produktiver und wird unser Plan sein. Genau. Okay. Das ist ein guter, äh, ein guter Block vom Gegner gewesen. Ähm, denn jetzt muss ich ja sozusagen meine Kreatur traden. Wenn ich reagiere mit einem Ping, kann der Fanlurker als Reaktion da drauf pumpen. Ähm, deswegen lasse ich diesen Trade jetzt zu. Ist immer noch ein 2-4-1 für mich, also sehr produktiv. Wenn der Gegner jetzt pumpt, kann ich als Reaktion da drauf den Wand einsetzen. Pfff, sehr gut. Ja, ähm, kein Grund eigentlich den Gegner hier mit irgendwas enttappen zu lassen. Ähm, könnte direkt ihn pingen, um ihn damit schnell zu töten, könnte den Cerulean Drake wegpingen. Ähm, ping ich mal den Drachen weg. Mein Grund, äh, Prinzip ist ja immer eher aufs Board zu spielen. Also das Board zu beeinflussen als die Lebenspunkte. An der Stelle natürlich 33-30 ist vielleicht was anderes. Aber so oder so sollte uns, ähm, sollte uns unser Wand hier das Spiel gewinnen. Die Gegner ihn zerstört, kriegt er 5 Schaden. Und da ist der Schock. Ja, herrlich, das war also ein weiterer Sieg für uns. Ein weiterer Sieg des überlegten und langsamen Ressourcenverbrauchs. Äh, ja, freut mich, dass wir jetzt mal wieder halbwegs vernünftig auch durchkommen, natürlich. Aber, ähm, die Spiele waren auch halbwegs interessant. Bis jetzt vor allem das Zweite. Ähm, hoffen wir, dass es so weitergeht, dass wir interessante Matches haben. Viel zu überlegen, viele Optionen. Also, bis zum nächsten Spiel. Bis gleich. So, meine lieben Freunde, willkommen in der nächsten Runde. Wir versuchen uns hier weiter voranzukämpfen. Und haben dafür eine Hand, die, äh, man jedenfalls behalten kann. Prismite und Bladebrand ist eine Kombo, die okay ist. Äh, ja, nach wie vor hat Prismite eigentlich nicht mehr viel in unserem Deck verloren. Äh, dennoch vergesse ich beständig weiter es herauszunehmen. Natürlich etwas Sinnvolleres zu ersetzen. Aber das soll uns nicht den Tag verderben. Ähm, wir nehmen dennoch Prismite hier raus. Liegt daran, der Gegner hat jetzt nichts ausgespielt, hat Doppelgrün ausgespielt. Vielleicht fehlt ihm eine Farbe. Und, äh, er ermöglicht uns hier vielleicht schon anzugreifen. In der Tat können wir hier sehr profitabel angreifen. Können den Sorcerer droppen und Schock offen halten. Ja, das sieht ja schon mal einer sehr guten Runde für uns aus. Wir schocken den Diamond Knight als Reaktion. So, und jetzt können wir die Axt nehmen und an den, äh, Sorcerer ausrüsten. Und anfangen zu racen. Vielleicht müssen wir nächste Runde einen zurückhalten, aber das ist auch kein Problem. Das Wichtige hier an der Stelle ist, Sorcerer auszurüsten und nicht Prismite. Ähm, wir wollen den Trade hier mit, äh, Greenwood Sentinel zwar provozieren. Da der uns vorteilhaft erscheint. Ähm, aber Sorcerer kann eben angreifen, ohne überhaupt geblockt zu werden. Okay. Und hier, ähm, ja, können wir gerade nicht viel ausrichten. Haben keinen Runde 5 Play. Aber, was ich sehr wahrscheinlich tun werde, ist, ähm, mit Sorcerer den Brawler blocken und Bladebrand spielen. Wir wollen nämlich auf unser sechstes Land kommen, für entweder Ripscape Predator oder Chandra nächste Runde auszuspielen. Das einzige, was macht uns das hier kaputt, ähm, wäre, oh, Befuddle. Aber das hat der Gegner jetzt nicht mehr offen. Und jetzt sehr wahrscheinlich versuchen, hier profitabel mit dem Leverkin Brawler anzugreifen. Und ich hätte vorher sogar überlegt, ob ich es einfach durchlasse. Aber da es jetzt 6 Schaden sind, ähm, ist das auf jeden Fall richtig, hier Bladebrand zu spielen. Okay. Sei wohlgemerkt, das sind, ähm, Elementals. Also Chandra's minus 3 würde hier nichts ausrichten auf dem Board. Was wir auf jeden Fall machen können, ist Chandra ausspielen und, ähm, plus 2. Damit wären wir auf 8, würden den Gegner schon mal anfangen, unter Druck zu setzen. Ähm, und, ähm, könnten dann, dann könnte der Gegner wahrscheinlich nicht viel machen, um Chandra nächste Runde zu töten. Und wir können anfangen, ähm, selber Kreaturen auszuspielen. Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Gegner noch einen Scampering Scorcher ausspielt. Und wir dann also 6 Schaden auf Chandra hätten. Wer auf 2 würde auf 4 hochgehen, dann könnte der Gegner Chandra darauf die Runde töten. Ich frage mich, ob es nicht sinnvoller ist, hier erstmal mit dem, ähm, Ripscale Predator rauszukommen, um dem Gegner einfach ein neues Thread vor die Nase zu setzen. Da wir mit Lebenspunkten vorne sind, ähm, ist der Gegner also im Moment in der unangenehmen Situation, sich zu fragen, was er hier überhaupt unternehmen soll. Ein Risen Reef ausspielen ist auf jeden Fall eine gute, ist auf jeden Fall ein guter Anfang. Ähm, also ich könnte jetzt hier tatsächlich ganz relativ effizient einfach, äh, weiter Fettis ausspielen und den Gegner mit den Lebenspunkten unter Druck setzen. Ähm, ich könnte aber auch, ähm, anfangen Chandra auszuspielen und Druck auszuüben. Mit einem Angriff nächste Runde hat der Gegner wohl, ähm, drei Schaden, die garantiert auf Chandra durchkommen. Ähm, also ich weiß nicht, ob wir hier nicht langfristig, wir versuchen zu langfristig zu spielen gegen das Risen Reef verlieren. Ähm, das ist halt auch dieses Worst-Case-Szenario, dass wir Chandra ausspielen, wenn er nach einem Scampering-Scorcher kommt, aber der breitet uns so oder so Probleme mit dem Risen Reef draußen. Ähm, ich werde jetzt mal hier tatsächlich einfach aggressiv werden und sagen, ich möchte den Gegner mit seinen Lebenspunkten so unter Druck setzen, dass der sich eigentlich gar nicht leisten kann, Chandra gleich anzugreifen. Ähm, aber Fire Elemental kann einfach von einem gejumpblockt werden, das ist nicht besonders effektiv. Also werde ich jetzt hier so kontraintuitiv mir das vorkommt, tatsächlich Chandra ausspielen und, ähm, minus eins auf das Risen Reef spielen. Damit ins Exile schicken und dem Gegner jetzt sagen, hey du, wenn du noch einen Scorcher hast und Chandra angreifen willst, okay. Aber, ähm, dann kannst du den Ripscale Predator nicht blocken und der droht 8 Schaden an nächste Runde. Daher ist das Beste, was der Gegner hier tun kann, wahrscheinlich weniger Schaden auf Chandra. Das ist ja mal so ziemlich das Beste, was uns passieren konnte. Okay, cool. Gut, der Gegner hat drei Leben dazu bekommen, aber jetzt kommt das Chandra Emblem. Der Gegner hat seine Value Maschine verloren und wir können anfangen, unsere Kreaturen zu droppen. Die halt nicht nur den Gegner, die gegnerischen Kreaturen davon abhalten sollen, Chandra anzugreifen, sondern halt auch selber nochmal Threats darstellen. Der Gegner ist hier in einer unangenehmen Situation, selbst mit seinen zwölf Lebenspunkten, denn Chandra Emblem sagt Tick Tock. Wenn wir noch einen Chandra Emblem rausbekommen, sehe ich nicht, wie wir verlieren können. Das heißt, der Gegner muss diese Runde Chandra töten. Ich denke mal, sonst ist das Ding gelaufen. Mit dem Board, was wir halt auch haben. Worst Claw ist kein Problem. Okay, das war jetzt mein Premium Draw mit Sanitarium Skeleton. Worst Claw hält uns ja tatsächlich davon ab, anzugreifen. Es sei denn, wir equippen den Ripscale Predator mit dem Marauders X. Ähm, nur was hier klar sein muss, ist, ähm, auf jeden Fall plus zwei. Der Gegner kriegt jetzt zwei Schaden die Runde garantiert und, ähm, werden ihn weiter unter Druck setzen, indem wir hier unseren Elemental nicht ausspielen. Der tut, glaube ich, im Moment auch gar nicht so viel. Was hier am meisten Effekt hat, ist das Skeleton auszuspielen. Äh, wenn der Gegner mit Worst Claw und irgendeiner Kreatur blockt, fein, 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 dann traden wir. Wenn der Gegner mit allen Kreaturen Predator blockt, auch schön für uns durchlassen kann er die acht Schaden nicht. Sonst ist er zu schnell tot. Gut. Das heißt, in jedem Fall werden wir hier für uns profitablen Block rausholen. Ja, fein, fein, fein. Dann würde ich mal sagen, Sanitarium Skeleton. Sanitarium Skeleton wird ausgerüstet mit der Axt und, äh, ja, der Gegner hat ein gewaltiges Problem. Mal sehen, wie viel Lifegain der noch im Deck hat. Es ist immer noch nicht hundertprozentig ausgeschlossen, dass der Gegner das hier überleben kann oder noch gewinnen kann. Vor allem, wenn er vielleicht noch ein zusätzliches Risen Reef hat, dann hätte das aber vor dem Overgrowth ausgespielt. Aber halt mit, ähm, noch einem Chandra plus zwei ist es einfach echt unmöglich. Okay. Ähm, ja, der Gegner möchte mich hier zu einem unglücklichen Block verleiten. Ähm, ich werde gar nicht drauf reinfallen, sondern einfach Chandra fünf Schaden nehmen lassen und hier die beiden Kreaturen totblocken vom Gegner. Die Alternative wäre mit Skeleton und Brawler den Frostlings zu blocken oder mit Blood Burglar und Skeleton den Frostlings zu blocken. Aber dann würde ich halt, naja, ich würde sagen, entweder verliere ich den Brawler oder zwei Kreaturen. Zwei Kreaturen verlieren geht nicht auf dem Board, aber Brawler verlieren wäre zu dem Zeitpunkt eigentlich in Ordnung. Wir versuchen durch unser Chandra Emblem, ähm, zu überleben. Das heißt, auch wenn ich zuerst versucht war, zu sagen, okay, wir lassen Chandra auf, ähm, eins fallen, gehen auf drei nächste Runde, ist es vielleicht doch, äh, zu einfach für den Gegner das, ähm, sozusagen wieder aufzuholen. Von daher blocken wir einfach so. Lassen Chandra einen Schaden nehmen. Lassen den Gegner von mir aus noch ein bisschen Leben dazu bekommen. Und, ähm, ja, geben dem Gegner ein ziemlich sicher tödliches drittes Emblem. Holen unseren Fire Elemental raus, der es jetzt auch locker mit dem Overgrowth Elemental aufnehmen kann. Unsere Kreaturen können es mit der Größe mindestens aufnehmen, mit der Größe von den Kreaturen vom Gegner. Er ist am Topdecken. Wir haben Chandra draußen auf sieben. Ähm, okay, das hier war ein Grund, den Scampering Scorcher zu töten, anstatt das Token. Ich dachte mir nur, vielleicht hat der Gegner auch Pulse of Marassa und habe deswegen das Token getötet. Ja, auf jeden Fall eine schlechtere Wahl. Ja, der Gegner sieht keinen profitablen Angriff. Das sehe ich ähnlich. Ähm, ich werde dem Gegner jetzt einfach das, äh, vierte Emblem geben. Also, ich sehe wirklich nicht, selbst wenn der Chandra jetzt tatsächlich töten könnte, was schon ungewöhnlich aussieht, ähm, wie der hier noch irgendwas reißen soll. Da müsste schon ein Angriff mit allen drin sein und dann, ähm, stirbt er durch meinen Angriff. Ja, wie gesagt, guter Versuch vom Gegner. Jetzt nochmal mit Portal Scampering Scorcher auf die Hand nehmen, den nochmal ausspielen. Ja, aber der versucht es schon gar nicht mehr richtig. Das sind auch nur sieben Schaden, also das ist mir sogar ziemlich egal. Ich block jetzt trotzdem die kleinen Elementals. Ah, der versucht Leben dazu zu bekommen. Aha, aha, aha. Guter Versuch, Gegner. Guter Versuch. Ich wäre fast drauf reingefallen, weil ein Elemental, wenn ein Elemental stirbt, kriegt der Gegner ein Leben dazu. Und, äh, ja, da ist sieben Schaden, er hat keine Karte mehr draußen. Das ist, so, dann ist er tot. Nächste Runde durch das fünfte Emblem am Anfang seiner Runde, noch bevor er die Karte zieht. Genau. Aber der Gegner hat ein ziemlich tolles Elemental Deck, muss ich sagen. Das sieht richtig, richtig gut aus. Das hat eigentlich alles drin, was man haben möchte. Das wird nicht so einfach werden. Äh, in diesem Fall ging es halt, weil wir unsere Chandra, äh, gezogen haben, weil wir den Gegner unter Druck setzen konnten. Aber ich gehe mal davon aus, dass hier die nächste Runde nicht so einfach zu gewinnen wird. Ähm, Hartpiercer Bow könnte zwar gut sein gegen den, ähm, Risen Reef, aber wir haben eigentlich schon mit Schock, mit Flamesweep, mit Murder, mit Retributive Wand, mit Siphon, haben wir eigentlich schon genug Antworten. Ähm, und, äh, Hartpiercer Bow, wenn wir halt zurückgeraten, was in unserem Deck leicht passieren kann, dann ist der nicht besonders gut. Ähm, Anvilrod Raptor wäre aber in Ordnung, den reinzubringen. Ähm, Prismite würde ich gerne rausnehmen. Ich habe nur keine richtige Option. Eventuell Mindrot oder Barony Vampire, da der Gegner versucht uns hier mit Card Advantage vermutlich zu besiegen, aber er kann auch mit Aggression, Scampering Scorcher und den, äh, Leverkin Brawler und so. Gegen die alle ist der Barony Vampire halt auch nicht besonders stark. Aber ich sehe halt Prismite auch wirklich nichts tun in diesem Spiel. Aber ich denke mal, ich werde Prismite gegen Barony Vampire tauschen. Aber ich bin sehr unglücklich mit diesen beiden Barony Vampires hier. Ähm, eventuell, wo der Gegner auch Schock und sowas gesehen hat, hält er vielleicht seinen Risen Reef zurück. Und deswegen sollten wir Mindrot einborden, aber ich glaube eher nicht. Ich denke mal, das ist so die richtige Entscheidung. Es würde nicht einfach auch gegen die ganzen Scampering Scorches durchzukommen mit unseren Kreaturen. Wir haben keinen Trample, wir haben nicht wirklich Fliegen. Ja, ich sag mal, das wird, ähm, schwieriges Match. Schade, dass wir die Chandra-Hand hier nicht behalten können. Ähm, aber mit einem Land, selbst wenn wir das Skeleton schon haben, wird das hier nichts. Das hier ist allerdings nur gute, ähm, 6-Karten-Hand. Wir haben einen Notfall-Removal gegen das Risen Reef, ähm, beziehungsweise ein gewolltes, gewollten Removal gegen das Risen Reef in Form von Gratitude of Wands. Der Gegner hat auch noch den anderen Elemental Payoff, äh, Designpost ankommen. Das, der hat wirklich ein gutes Deck. Und schon noch eine an Kamm hinterher, geballert, die den schon... Wow, also... Meine lieben Freunde, das wird, ähm, das wird nicht leicht werden, hier ins Late Game zu kommen. Wir kriegen 7 Schaden nächste Runde, können mit dem Wand im Prinzip auch nichts androhen, außer den Overgrowth Elemental zu töten. Das heißt, die Frage wäre, ob wir jetzt hier Bones splintern sollten. Ich weiß, es klingt furchtbar, obwohl der Enrile Rod Raptor nächste Runde hält den Overgrowth Elemental vom Angreifen ab. Allerdings, wenn ich bis dahin den Trailblazer töte, wird der Overgrowth Elemental auch größer, ähm, wodurch der Enrile Rod Raptor nichts mehr gegen den macht. Hier auf langfristig Wand und Feathernflick Cutthor zu spielen, werden wir uns aber vermutlich auch nicht leisten können. Dennoch glaube ich nicht, dass es hier an der Stelle richtig ist, den... Ähm... Richtig ist, schon den, äh, Dings auszuspielen. Oh Gott, das ist das Schlimmste, was passieren konnte. Na gut. Dann, äh, nehmen wir eine Riesenmenge Schaden. Der Elemental wächst genauso, wie wir es uns nicht gewünscht haben. Der Trailblazer kann schon zu einem, äh, äh, Each Elemental you control sich selber eingeschlossen. Der kann schon 7, 7 werden, den müssen wir also nächste Runde blocken. Ähm, wir müssen den blocken. Das heißt, das Beste, was wir jetzt haben, ist Cutthroat, um mit dem Elemental zu traden. Und Sorcerer, Jump Block auf Trailblazer und wir nehmen 4 Schaden. Das ist das Beste, was wir diese Runde rausholen können. Wir könnten auch Wand, Ping, den Elemental, Bonesplinters, Sorcerer of the Fang of Overgrowth Elemental und haben dann noch, äh, 7 Schaden, denen wir begegnen. Okay. Okay. Jump Block it is. Die einzige Möglichkeit, die nächste Runde zu überleben. Aber da hat der Gegner hier ja einen Traum-Draw gehabt. Aber ich muss auch wirklich sagen, das Deck vom Gegner sieht so unglaublich gut aus. Das Deck vom Gegner ist fantastisch. Ja, da kann ich nichts sagen. Ich meine, das Spiel spricht absolut für sich. Ich meine, wir hatten Karten auf der Hand. Aber das war einfach nur ein brutaler Draw vom Gegner. Ähm, da können wir echt nur drauf hoffen, dass er dazu nicht fähig ist im nächsten Spiel. Ähm, wir werden zumindest on the play sein. Aber ich sehe halt, also Prismite hätte hier halt auch wirklich wieder gar nichts gemacht. Äh, Barony Vampire konnte immerhin noch, ähm, mit dem Overgrowth traden oder so. Also, ich will jetzt auch wieder nicht runter-sideboarden, nur weil wir hier, ähm, sozusagen mit Aggression ziemlich, ziemlich, ähm, niedergemacht wurden. Da möchte ich dann normalerweise sagen, ah, dann sideboard ich lieber ein paar günstigere Kreaturen rein. Aber es ist in diesem Fall falsch, weil Prismite einfach gegen diese guten Draws vom Gegner auch nichts blockt, außer so ein 1-1-A. Ähm, on the play auf jeden Fall. Das sieht alles andere als gut aus, aber wir haben was zu tun. Wir können unseren Vampire zumindest groß genug machen, um gegen individuelle Threats vom Gegner gut zu performen. Ähm, haben den Epicure in Aussicht, haben jetzt noch einen Murder nachgezogen. Also, überleben können wir und, ähm, wenn wir jetzt anständig ziehen, können wir dann vielleicht in Richtung, äh, Shantra uns irgendwie bewegen. So oder so werde ich jetzt vor dem Gegner zumindest so tun, als hätten wir, äh, kein Rot. Vielleicht spielt er dann aggressiver, als er es sonst tun würde. Wenn wir jetzt hier einen Risen Reef sehen, werden wir das ohne Rücksicht auf Verluste in der nächsten Runde murdern. Gift of Paradise, gerne. Okay, da fehlt rot, wie es aussieht. Ähm, Murder offen lassen oder Marauders Axe ausrüsten? Ich denke mal, es ist geboten, hier die Axt auszurüsten. Wenn der Gegner einen Risen Reef gehabt hätte, hätte er es vermutlich ausgespielt. Und dass er nächste Runde Risen Reef und noch etwas weiteres spielen kann, ist möglich, aber jetzt nicht super, super wahrscheinlich. Und wenn dann, ja, gute Arbeit halt vom Gegner. Okay, Healer of the Glade macht mir keine Sorge. Gibt dem Gegner halt ein bisschen Leben. Der kann dann halt auf jeden Fall überlegen, ob er hier irgendwie, ähm, ne, irgendwie traden möchte oder racen möchte oder so. Aber mit einem Race bin ich auf jeden Fall einverstanden hier an der Stelle. Wir haben Schock, Murder und Blade Brand offen, das ist gut. Wir können leider keine Kreatur droppen, da uns der, ähm, da uns dafür der Land Drop fehlt. Aber das ist auch kein Grund, hier Blade Brand einzusetzen für mich. Ich habe wirklich jetzt lieber Murder und Schock offen. Ähm, könnte gut sein, dass wir jetzt einen Scampering Scorcher oder sowas sehen. Vom Gegner und der eben wirklich ein hartes Race versucht gegen uns zu starten. Ähm, aber bis dahin sehe ich nochmal keine Notwendigkeit, hier direkt zu interagieren. Auch hier, ich weiß, der Gegner kann richtig, richtig viel Schaden machen. Ähm, aber ich fand's, deswegen wäre es eventuell eine Option gewesen, hier das Murder im Thicketcrasher zu spielen. Da das eine Kreatur ist, die ist gut genug, um sie zu murdern. Ähm, aber ich habe lieber den Schaden genommen, um zu gucken, ob der Gegner irgendwas Schlimmeres ausspielt. Ähm, Worst Claw ist nicht unbedingt schlimmer gegen unser Deck. Ähm, aber zumindest wenn der Thicketcrasher draußen ist, ist er schlimm. Und in der aktuellen Situation halte ich es für geboten. So, hier können wir jetzt immerhin unseren Epicure ausspielen. Ähm, Removal nächste Runde auf Epicure und Angriff für 5 können wir immer noch sehr gut vertragen. Wir können danach anfangen, den Barony Vampire zurückzuhalten, falls wir nicht den zweiten Mountain für Chandra ziehen. Wenn wir den zweiten Mountain für Chandra ziehen, ähm, weiß noch nicht genau, was ich dann tue. Was ich jetzt auf jeden Fall nicht tue, ist, ufff, Leute, ist hier zu Jumplocken. Aber sieben ist natürlich, puh, dann müssen wir jetzt leider doch anfangen, unseren Removal zurückzuhalten. Aber zum Glück können wir einen weiteren Creature Drop machen. Ähm, und, ähm, ja, ich möchte hier meinen 3-2er nicht wegtraden. Wir könnten eventuell mit Epicure angreifen. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber Epicure ist auch der, der die ganzen kleinen Kreaturen vom Angreifen aushält. Wir haben zwar noch Schock. Ich glaube, wir sollten hier Schock auf den Trailblazer einsetzen. Ähm, aber ne, das tun wir nicht. Der Gegner hat nur noch eine Karte auf der Hand. Ich werde jetzt versuchen, hier wirklich, ähm, ab in die Defensive zu gehen, maximales Value zu holen. Das heißt, ich werde den Gegner provozieren, den Creeping Trailblazer zu blocken. Ah, er hat sieben Mana. Äh, das heißt, wenn er noch einen Mana ausspielt, kann er ihn zweimal pumpen. Das hätte ich mir vielleicht mal vorher überlegen sollen. Aber wir haben immer noch Blade Brand. Jetzt hat der Gegner nur noch drei Mana. Das heißt, wir können als Reaktion darauf den Trailblazer abschließen. Wunderbärchen. Okay, supi. Der Gegner hat zweifellos ein besseres Board als wir im Moment. Aber er erwähnt sich halt auch in Sicherheit mit dem Thicketcrasher. Wenn wir jetzt den Block machen, der uns am sinnvollsten vorkommt, nämlich Bloodbrookler auf Thicketcrasher. Dann kommen vier Schaden durch. Wir sind auf vier. Wir haben drei zu eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kreaturen. Das heißt, wir sind kurz davor zu sterben durch den Alpha vom Gegner. Das heißt, es könnte sein, dass wir hier mit Epicure blocken müssen, um mehr Trample Damage abzuhalten. Um den Gegner von einem Alpha-Angriff nächste Runde abzuhalten. Wir haben nur zwei Blocker gegen so viele Kreaturen vom Gegner. Ja. Ja, das ist super schlimm. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich mir gerade vorstellen kann an der Stelle. Es ist so ein knappes Spiel und wir müssen mit unserem Epicure blocken. Es ist kein Jump-Block wegen Bladebrand, aber es ist halt unsere große Kreatur, die im Prinzip das ganze Board aufhält. Okay. Dafür haben wir das nächste Land für Shantra getroffen. Das heißt, wir können jetzt... Wir können jetzt schauen. Was auch drin wäre, wäre natürlich, ähm, Marauders Ex of Blood Burglar. Äh, Angriffe vier. Der Gegner kann dann seine zwei Scorches weggehen auf zehn. Ähm, rüsten den Vampire wieder aus. Und sind gegen diese Kreaturen, von denen diese beiden angreifen können. Um uns von zehn wieder auf sechs runter zu bringen. Damit haben wir also nicht so viel gewonnen. Okay. Was passiert, wenn wir Shantra ausspielen und eine von diesen Kreaturen töten? Dann sagen wir mal die Netcaster Spider. Das macht tatsächlich gar keinen so riesigen Unterschied. Ähm, also sagen wir mal den 2-2er Wolf. Äh, dann hat der Gegner noch eins, zwei, drei, vier, fünf Kreaturen draußen gegen unsere beiden. Shantra ist auf vier und der Gegner kann ihr also drei Schaden machen. Ähm, das sieht okay aus und würde unser Board zusammenbringen. Wenn wir Shantra aber plassen, kann der Gegner Shantra auch nicht töten und wir setzen den Gegner unter Druck. Ich glaube es ist geboten hier wieder Druck aufzubauen. Aber es ist knapp. Da der Gegner halt hier in der vorteilhaften Bot-Position ist und nur halt irgendeinen sinnvollen Top-Deck braucht, um angreifen zu können, ähm, sind wir hier in einer blöden Situation. Aber wie gesagt, die Option wäre ja nur vier Leben dazu zu bekommen und einen weiteren Blocker zu verlieren. Und wir wären im Prinzip wieder in einer ähnlichen Situation, wenn nicht sogar etwas schlechter als vorher. Und der Gegner macht hier etwas Sinnvolles. Äh, er greift nämlich mit, ähm, seinen beiden Kreaturen an, die wir nicht einfach so wegblocken können, um Shantra runterzubringen. Ähm, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir, äh, einfach, ähm, Shantra auf vier gehen lassen wollen. Die würde dann auf sechs gehen mit dem nächsten. Oder ob wir hier eine Kreatur traden wollen. Ähm, Barony Vampire gegen Nedcaster Spider ist okay. Aber hält halt den Wolf auch von nix ab. Hält halt nur Shantra auf höherer Loyalty. Das ist eigentlich alles, was hier passiert. Von daher sehe ich hier keinen Grund, um zu traden. Eigentlich ändert sich effektiv nichts. Ein Sorcerer of the Fang ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Gut, gut, gut. Ähm, das heißt, wir versuchen jetzt hier hyperkonstruieren. Konservativ zu spielen. Äh, wir haben natürlich Angst vor einem Overcome in der Hand vom Gegner, was uns töten kann. Ähm, aber dann hätte der Gegner, wenn der das zumindest letzte Runde gezogen hätte, vermutlich unsere Lebenspunkte angegriffen und nicht Shantra. Ähm, im Moment kann, ähm, macht es am meisten Sinn, die Marauders X auf den Sorcerer auszurüsten, da der damit auch effektiv die Nedcaster Spider und den Wolf davon abhält, anzugreifen. Zumindest on board. Wir versuchen jetzt hier so langsam wie möglich unsere Shantra zum Sieg zu reiten. Das Geile ist natürlich, dass unser Sorcerer of the Fang jetzt auch noch für 6 Mana 2 Schaden pingen kann. Der Gegner ist also wirklich kurz davor zu sterben. Und ohne einen Pumpspell, ähm, mit einem Pumpspell könnte der hier nochmal was reißen. Kein Pumpspell, okay. Ich glaube, wir haben den Gegner. Der Gegner geht jetzt schon auf 5 runter. Geht praktisch auf, äh, 3 durch unseren Sorcerer und wäre damit nächste Runde tot, wenn er keinen Life Gain hat. Ähm, Gift of Paradise und Healer hat er schon gespielt. Wir haben ansonsten nur Overgrowth Elemental gesehen vom Gegner. Ähm, der aber hier gerade auch nicht mehr so viel bringt. Okay, ähm, dann würde ich sagen, das war, das nennen wir Good Game. Weiß nicht, wie der Gegner hier nochmal rauskommen möchte aus der Situation. Der Gegner stimmt überein. Ja, aber war ein knappes Ding. Also Chandra in dieses Board reinzuspielen will man halt nicht unbedingt machen. Aber ich habe so lange gewartet, wie ich konnte. Und, ähm, wir haben sicherlich auch ein bisschen Glück gehabt. Ähm, aber es war auch richtig, eben dann konservativ zu sein. Kreaturen zurückzuhalten und so ab der Stelle dann ganz wichtig zu, einfach zu erkennen, diese Chandra Emblems, die gewinnen dir halt einfach das Spiel. Und du darfst dem Gegner so wenig Möglichkeiten wie möglich geben, halt, ähm, deine Lebenspunkte runter zu hauen. Und das Geile an Chandra ist halt wirklich, kommt mit 6 rein. Du machst plus 1, sie geht auf 8. 8 ist so viel Loyalty. Wir haben gesehen, der Gegner hatte ein großes Board und hatte aber ohne ein Pumpspell eben nicht die Möglichkeit durchzukommen. Und das war eben das, was uns jetzt das Spiel gewonnen hat. Sehr froh drum und sagen, ab in die nächste Runde. Bis gleich. Bis gleich. 3.